Erkenne ich meine Kinder an den Händen? Kleine Hand, die ist ein bisschen weicher. Und ich denke, das ist der Nilo-Hand. Nein, das ist Mireille. Die nächste Hand. Das ist jetzt aber die Nilo-Hand. Ja. Aufgrund der Oberflächen-Konsistenz würde ich behaupten, das ist Arme. Richtig. Oha, wer hat denn noch so eine schöne, zarte Hand? Kimi. Nein. Nein, Joshua. Ja. Der Papa. Ja, richtig.